Meine Gefühle reichen nicht für eine Beziehung. Das ist der Satz, vor dem sich alle verliebten Frauen fürchten. Wenn der Mann sich plötzlich zurückzieht, wenn er keine Beziehung mehr will, wenn er dich verlässt, obwohl er sich mal für dich interessiert hat. Damit dir das nie passiert, bleib dran und erfahre, was die drei Tipps sind, die ihn ewig an dich binden, sodass er dich sicher nicht verlässt. Punkt Nummer 1 ist Loyalität. Hier sprechen wir von einer Eigenschaft, die Frauen haben, die sehr beziehungsfähig sind. Hier ist das Ding. Beziehungsfähige Menschen generell, und das heißt jetzt nicht nur beziehungsfähig mit einem Mann, sondern generell auch beziehungsfähig in Freundschaften, haben die Eigenschaft, loyal zu sein. Das ist ganz wichtig. Man sieht das Gegenteil, zum Beispiel bei Menschen, die toxische Verhaltensweisen haben. Die sind normalerweise nicht loyal, weil die sich selber in den Vordergrund oder Mittelpunkt stellen. Oder, aber nicht nur bei toxischen. Man sieht das auch bei Menschen, die generell Bindungsprobleme haben. Also Menschen, die starke Bindungsängste haben, die in ihrem Leben sehr oft von anderen enttäuscht worden sind. Die einfach irgendwann in ihrem Leben gelernt haben, ich kann niemandem vertrauen, ich kann mich auf niemanden verlassen. Auch diese Menschen haben ein Problem mit Loyalität. Das heißt, dass sie sehr schnell die Flinte ins Korn werfen. Dass sie sehr schnell bei einer Freundschaft oder bei einer Beziehung sagen, Nein, das ist mir jetzt alles zu stressig oder ich stehe nicht hinter der Person und ich ändere meine Meinung und ich breche das ab. Das ist ein Zeichen, dass man nicht beziehungsfähig ist. Deshalb macht es umso mehr Sinn, an dem Gegenstück zu arbeiten, nämlich an der Loyalität. Loyalität in der Beziehung zum Mann heißt, hinter ihm zu stehen. Hinter seinen Entscheidungen zu stehen, ihn zu unterstützen und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, auch in der Öffentlichkeit und gerade in der Öffentlichkeit und vor anderen zu ihm stehen, hinter ihm stehen. Das ist Loyalität. Und das ist eine ganz, ganz schöne und leider viel zu seltene Eigenschaft bei Frauen und bei Männern, die aber dazu führt, dass dieser Mann sich ewig an dich bindet. Denn für eine lebenslange, emotionale Bindung braucht es auch ein Stück Sicherheit und diese Loyalität gibt deinem Gegenüber emotionale Sicherheit. Übrigens funktioniert das auch sehr, sehr gut in Freundschaften. Punkt Nummer zwei. Achte auf dich. Achte auf dich und bleibe attraktiv, bleibe gepflegt. Ich weiß schon, das ist immer so ein Punkt, wo dann Diskussionen losgehen. Was ist deine Meinung dazu? Findest du es wichtig, dass du als Frau auf dein Aussehen weiterhin achtest? Oder findest du, nein, es ist egal, ich kann mich total gehen lassen und der Mann muss mich so lieben, wie ich bin. Was ist deine Meinung? Hinterlass mir einen Kommentar. Ich bin gespannt, was du dazu denkst. Ich weiß, das ist ein kontroverses Thema. Ich kann dir nur sagen, aus meiner jahrzehntelangen Erfahrung als Beziehungscoach plus meine persönliche Meinung ist, dass es wichtig ist für Männer und für Frauen, sich weiterhin zu pflegen und weiterhin auf sich zu achten. Ich möchte nicht mit einem Mann in einer Beziehung sein, der sich gehen lässt, weder körperlich noch emotional, auch nicht den Umgang mit mir gehen lässt. Das würde ich nicht akzeptieren und das würde ich nicht wollen. Eine glückliche Beziehung oder dass man mit jemandem ein Leben lang glücklich bleibt, bedeutet, dass man immer in die Beziehung investiert. Und das beginnt bei so Dingen wie der Körperpflege, dem Aussehen und natürlich auch der Persönlichkeitsentwicklung. Denn das bedeutet auch auf sich selber achten. Es gibt nichts Schöneres, als wenn zwei Menschen miteinander wachsen und sich miteinander entwickeln. Noch ganz kurz kleiner Anhang dazu, dass wir altern, ist vollkommen normal, aber lasst uns das mit Würde und mit Hingabe tun. Und Punkt Nummer drei, und der ist enorm wichtig. Und hier scheitern einige Menschen, nämlich, weil ihnen in sich selbst etwas fehlt, das es braucht, um das zu leben. Und zwar, zeige deine Liebe. Jetzt wirst du sagen, was ist so schwer daran, deine Liebe zu zeigen? Ganz einfach. Liebe zu geben, ist etwas anderes, als Liebe von jemandem zu fordern und zu brauchen. Auf der einen Seite haben wir die Bedürftigkeit. Das kommt aus dem verletzten inneren Kind heraus. Gib mir, ich brauche dich, ich bin bedürftig, ich bin anhänglich. Du darfst nicht ohne mich weggehen. Du musst jederzeit für mich verfügbar sein. Du musst alles für mich tun. Wenn du nicht da bist, dann fühle ich mich nicht geliebt. Ich kann nur Liebe fühlen, wenn du mir Liebe gibst. Das ist das Bedürftige, Anhängliche. Das ist nicht Liebe geben. Also jemandem zehn Nachrichten schreiben, weil man ihn so sehr vermisst und ohne ihn unglücklich ist, das ist nicht Liebe zeigen. Das ist Liebe nehmen. Das ist Verlangen. Liebe zeigen und Liebe geben ist das Gegenteil davon. Nämlich dem anderen Menschen das geben, was er braucht und was er will und was ihn glücklich macht. Das ist der Punkt. Und das wird viel zu oft verwechselt. Leute denken, sie zeigen ihre Liebe, weil sie 20 Nachrichten schreiben oder weil sie das ganze Wochenende auf dir draufkleben wollen. Das ist nicht Liebe. Und hier beim Liebe zeigen, was ist, wenn du Schwierigkeiten hast, diese Liebe fließen zu lassen, weil du ein verletztes inneres Kind hast. Dann musst du deine Selbstliebe heilen. Du musst deine Selbstliebe in dir stärken. Und Selbstliebe ist der Teil in dir, der sagen kann, ich liebe mich so, wie ich bin. Ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Ich bin mir selbst genug. Wenn wir Selbstliebe haben, sind wir nicht bedürftig. Dann haben wir keine Verlustangst, dann haben wir keine Bindungsangst, dann haben wir Selbstliebe. Man kann das stärken einfach durch tägliche Selbstlieberituale. Möchtest du deine Selbstliebe mit mir gemeinsam stärken? Wenn ja, ich habe hier ein kostenloses Webinar für dich. In diesem Webinar zeige ich dir zwei Techniken, die du sofort jetzt anwenden kannst, um deine Selbstliebe zu stärken. Und ich werde dich auch hypnotisieren. Also, wenn du das anschauen möchtest, hole dir das hier oder auch in der Beschreibung unter dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video.